Jetzt können wir also Quader zeichnen, Würfel zeichnen, Zylinder zeichnen, Kugeln zeichnen und wir können die Feinheit oder die Teilung einstellen und was können wir damit machen? Also, da wäre zum Beispiel nochmal die Möglichkeit, dass ich sage, ok, mach ein Zylinder, Strichpunkt nicht vergessen, da sagen wir jetzt von mir aus, D ist 10, H ist 20, F5, da ist ja der Zylinder, und wenn ich da jetzt sage, Dollar Fn ist gleich 4, dann habe ich da ein Quader, ich könnte natürlich auch sagen 3, dann habe ich da so ein Dreikantprisma, dreiseittiges Prisma, ich kann auch sagen 5, also auf der Art und Weise kann ich da Prismen erzeugen, so wie ich es gerne hätte. Lassen wir das einmal auf 4 und sagen wir einmal Durchmesser 20, dass wir viel größer sind. was ich jetzt da noch machen könnte, ist zum Beispiel aus diesem Zylinder, so jetzt D1 ist 20, dann brauche ich natürlich D2 ist 0, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich da eine quadratische Pyramide. Und wenn ich bei D2 jetzt zum Beispiel sage, nicht 0, sondern 10, dann habe ich da einen Pyramidenstumpf. Naja, wenn ich bei Dollar Fn aber jetzt 100 sage, 150 haben wir vorher gehabt, 150, dann habe ich da meinen Kegelstumpf. Und auf der Art und Weise kriege ich natürlich bei D2 ist gleich 0, meinen Kegelstumpf. Jetzt haben wir also die Figuren auch noch. Würfel, Quader, Prisma, Zylinder, Kegel, Pyramide, Pyramidenstumpf, Kegelstumpf und Kugel. Was wünscht man sich mehr? Ok?